Hallo, ich bin Kai Oberbeck von Google Deutschland. Freie Meinungsäußerung war schon immer eine der tragenden Säulen des Internet. Jeden Tag kreieren hunderte von Millionen von Menschen rund um den Globus digitale Informationen und teilen sie mit anderen. Vor 20 Jahren wurde der Fall der Mauer zu einem eindrucksvollen Symbol für Selbstbestimmung und für Freiheit weit über die Grenzen von Deutschland hinaus. Um dieses Ereignis zu feiern, haben wir diesen YouTube-Channel ins Leben gerufen und wollen damit die Freie Meinungsäußerung rund um den Globus unterstützen. Wir würden uns freuen, wenn du deine Ideen, deine Gedanken und Erfahrungen mit uns teilst. Warum ist freie Meinungsäußerung online wichtig für dich? Wie hast du oder jemanden, den du kennst, das Internet genutzt, um deine Rechte oder freie Meinungsäußerung auszuüben? Wenn du mit einer Diskussion teilhaben willst, lade einfach deine Videoantwort auf das Video, was du dir gerade anschaust, hoch. Jeder Einzelne kann seinen Teil dazu beitragen, die Anstrengung für freie Meinungsäußerung auf der gesamten Welt voranzutreiben. Setz dich für deine Rechte ein und ergreif das Wort. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören. Wir freuen uns auf, von dir zu hören. Wir freuen uns auf, von dir zu hören. Wir freuen uns auf, von dir zu hören.